Hier könnte ich einfach mal krass das Ding wegschieben. Weiß nicht, ob das dann ein Shortcut ist oder so. Alright. Kann ich nicht durchnehmen, ich habe mich an? Nee. Und hier ist nichts mehr. Kann ich mich maximal verstecken. Ach, und jetzt bin ich wieder hier. Ja, 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 okay. Aber das ist eigentlich dumm, dass ich das wegschiebe, weil da hochklettern kann ich, aber eher nicht. Oh Gott, ich höre. Kann ich mich hier irgendwo auf der Toilette verstecken? Hallo? Ich fühle mich ja gerade so unglaublich sicher, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ach, was ist denn das jetzt hier? Wie viele von den Leuten hat er denn hier eng gesammelt? What? Wow. Wenn man ihn nicht mal sieht, ne? Ist das natürlich... Oh shit. Bitte nicht finden. Ach du Arsch. Ich bin nicht hier. Lass mich doch in Ruhe. Hier, Tür zu. Ha! Penner du. Hier, Tür zu. Bam. Und jetzt irgendwie hier abhauen. Tür zu. Und jetzt abhut das Bett. Es schnallt er nie, dass ich hier bin. Da kommt er nie drauf. Hoffe ich. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Und das gefällt mir nicht. Geh jetzt einfach mal raus. Mehr als... Ach du Arsch. Es hört er doch, wenn ihr hier so rum... Nüllt. Da ist er. Du hast hier so viele Leute. Wirklich. Ne, 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 ne. Au. Alter. Ist das nötig? Ist das nötig? Da hast du so viele Versuchskaninchen. Wieso ziehe eigentlich immer ich die Verrückten an? Ach, jetzt ist ihr zu. Ah. Oh verdammt. Oh verdammt. Neue Batterien hier. Die gehen wir auch langsam aus. Das wird jetzt eng hier. So. Jetzt hat er mich nicht gesehen. Du Noob. Oh shit. Du siehst mich nicht. Aha. Hab's doch gesagt. Ach das gibt's. Kannst du jetzt einmal in eine Richtung gehen? Bitte? Oder bist du zu blöd? Hallo? Dahinten steht er. Jetzt kommt er schon wieder zurück. Ich glaube ich spinne. Das gibt's doch nicht hier. Natürlich sehe ich ihn jetzt nicht. Kannst du nicht einfach mal hier irgendwie in eine Richtung gehen und dabei bleiben? Oder ist das hier? Lass uns dir die sieben Habitzen von höchstens eviscerativen Menschen zeigen. Ja. Ja. Ich würde mich nicht mehr aufhören. Jetzt ist es sicher nicht mehr. Wisst ihr was? Ach verdammt. Wie soll ich denn hier weiter? Wenn der hier ständig rumrennt. Das ist wer ich bin. Hey, niemand mag einen Quitter. Nein, 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 nein. Oh verdammt. Ja, ich weiß echt nicht, wie ich denn hier davon überzeugen soll. Nicht immer exakt dieselbe Route zu laufen. Und das brägt mich nämlich gerade so ein bisserl auf. Ai, ai, ai. Ach, sei doch nicht so laut hier. Lass mich durch. Er sieht mich immer noch unter da. Oh man, das ist doch hier. Also, wirklich. Wo ist er denn jetzt? Meine Batterien. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier irgendwie durch muss. Beste was? Ist mir jetzt scheißegal. Hi. Ciao. Ciao. Ja du, gib Ruhe hier. Mach zu. Er ist jetzt irgendwo unter dem Bett. Hier. Also, es wundert mich nicht, dass er uns immer wieder findet, wenn du hier so rumschreist. Aha. Ach, da guckt er unter dem Bett. Bin ich wieder hier? Mittlerweile leichte Orientierung verloren. Ach komm. Bündicht verkauft werden. Führ zu. Dann hier unter das Bett. Ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Ah, das ist das falsche Bett, der Versager. So. Jetzt muss ich nur irgendwo zur Tür kommen. Hier hier gerade. Hey. Hey, niemand mag einen Quitter. So souverän geöffnet hab. Geht er wieder weg. Das ist nur eine Frage der Geduld. Mit er sich weit genug... Auch da ist er. Hey, die Tür hab ich mir aufgemacht und nicht dir. Ach komm. Wenn es dort überhaupt weiter geht. So, hat er mich wieder verloren. Dann steht er wieder dort. Woher will ich doch hin? Geh weg dort. Okay. Perfekt. Hallo? Weg ist er. Wenn ich mich nicht... Ach, du blödes Arschloch, du dämliches. Schrei doch nicht gleich rum hier. Ja, und du wirst verlieren. Keine Lust. Ich habe noch niemals eine Lebensversicherung abgeschlossen, weil ich noch so jung bin. Oh, nach dem Scheiß hier werde ich definitiv wieder abschließen. Doch, bitte! Wisst ihr was? Ich cap dich jetzt, ich mache das hier. Oh, ah, das war nicht geplant. Und jetzt? Ah, der hat die Tür aufgebrochen, der Penner. Äh, da rein? Oh Gott. Ich will nicht mit dir arbeiten. Ich will auch nicht für dich arbeiten. Ich will auch nicht ober dir arbeiten. Naja, vielleicht. Das wäre doch eine Idee. Aha. Und jetzt hier irgendwie... Ah, hier ist noch ein Lüfter im Schacht. Yes. Ich sehe nichts, aber ist auch egal. Ich will gar nicht mehr arbeiten. Ich kann mich gar nicht sehen. Ich bin nur irgendwie weg hier. Aha. Jetzt glaube ich hier im Kreis mit dem Luftschacht, oder? Oh Gott. Will ich... Wo bin ich denn jetzt? Jetzt sag nicht, dass ich wieder hier bin. Neue Batterien reinlegen. So, bin ich jetzt hier an einem neuen Ort, oder war ich hier schon mal? Sieht ziemlich neu aus. Oh, war ich mal hier auf? Hallo? Ach, guck an. Da blinkt was. Aha, ein Schlüssel. What? Ach, komm. Mir zu. Hier auch. Nein, nicht die Richtung. So, Depp. Äh. Ach, der war da oben. Bin ich ziemlich auf... Oh, Mann. Jetzt bin ich ziemlich aufgeschmissen. Bitte nicht finden. Wie kann ich hier jetzt hier wieder raus? Mann. Kommt der? Hallo? Der sieht nicht so aus. So, jetzt ist die Frage. Nico, dann komme ich da wieder hoch. Ach, da. Vielleicht da rum. Du siehst mich nicht, wenn ich hier so unauffällig rumstehe, oder? Da ist natürlich dieses... Oh, fuck. Oh, nee, 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 nee. Bisschen wir hier wieder? Ja. Au. Ah. Tür zu. Wie komme ich hier jetzt hier wieder weg? Jesus. Ach, ich muss vielleicht einfach hier. Ach, ich bin so dämlich. Ja. Das war die Lösung. Äh. Aufzug? Irgendwo? Na komm, erstmal hier verstecken. So, wo war denn nun der Aufzug? Das ist... Das große Rätsel. Kommt der? Kommt der? Ach, Batterien. Ich glaube, er kommt nicht. Oh, oder? Nee, 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 das war hier. Dieser Kollege. Dann musste ich... Ich glaube, ich musste hier zurück. Wenn ich mich nicht irre. Und jetzt ist es. Ist ja. nice.